ja mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zur let's play final fans 16 wir sind hier in wie heißt das gebiet noch mal wir sind hier irgendwo und wir sind es ist nachts und hier ist ein feuer ich nehme ein bar mut war dafür verantwortlich wir sind hier erinnert ich komme irgendwie mit den namen der region nicht klar wir sind in einer region wo wir ein kristall kaputt machen müssen hier ist der beweis da ist der kristall und ja hier gehen so einige krasse sachen ab und wir gucken mal was es damit auf sich hat und retten mal genau wir müssen dings erfinden wir als der götz nehmen ist man so und dann müssen wir zum glocken tun ich weiß jetzt nicht von wo wir gekommen sind und wo wir hin müssen ich glaube da sind wir gekommen noch mal hier und ja gucken wir mal ich euch eine sehr stark damit dass ich heute doch wahrscheinlich gegen barmut kämpfen muss vielleicht nicht in diesem part aber stimmt im laufe des abends so ne wir sind gegner das heißt ja hier sind gegenstände meine ich also ja schon sind noch gegner da kommt ich weiß genau wie alle seid okay ich weiß nicht wo ihr seid aber ich weiß sie seid irgendwo außen also kommt aus sie kamen von den mauer und zwar danke der war der richtige angriff ich habe ihn ganz schön im pack modus wieder gewesen ich hoffe eine erhöhte ebene da wollte ich irgendwie so einen sprung angriff machen nach unten mehr schaden zu machen aber sie funktioniert natürlich kunst der erde rasende fäuste ich brauche mir die dinge eigentlich gar nicht angucken ich tue sowieso nichts wechseln möchte aber eine erfahrung deswegen bin ich wahrscheinlich so ein bisschen immer level ich habe mir nicht zusammen kombiniert er ist klar ich habe die ganze ja mein mann da hier du kriegst mehr erfahrungspunkte und mehr job punkte nicht job punkte skill punkte s pop punkte wie auch immer diesen jetzt klar hätte ich irgendwie überlebt werden ich werde aber nicht abnehmen okay bis jetzt war ich noch sehr weit davon entfernen wie der story game over zu gehen jetzt werde ich jetzt ein bisschen schwächer wäre ich habe aber noch alle tränke am ende des kampfes und so und naja siehst du jetzt irgendwo wieder schon klappen weiß nicht war motor da kommen wir eigentlich mal random irgendwelche drachen die gegen uns kämpfen wir sind dann haben wir mal der war nicht da drin ich wollte den ersten an wie sie hat und gerade ist ja in der spielreine ich muss mir noch ein bisschen angewöhnen ja nochmal geht als wird sterben ich bin auch bei dem schaden abgesehen den ich nehme oder den ich austeile so was wir trotzdem nicht irgendwie sehr schwierig ist schwächkeit gerade hat irgendwie irgendwann ein bisschen nachgelassen habe ich das für weil ich lerne einfach so gut wie das spiel funktioniert das ist es auch ein ich habe es ja weil das spiel ist noch nicht so schwer so im sinne von ich habe hier echt probleme irgendwie durch zu kommen oder so auch wenn ich das ja ich auch gleich nein oh mein gott wo wir schnell das ding wieder aufräumen muss aber sagen ich habe jetzt so viele verschiedene angebungen sondern kann das spiel einfach einfacher werden als da wird sie sofort getroffen aber das frau gott für schaden hat dafür sagt wir vereinfacht ist nicht so weit das sage jetzt klar dein kopf wird abgewährt er haben wir schon eingesetzt ich könnte mal die angebung mit absolvieren da gefreut sind wir auch nicht mehr sorgt für also gegen bossen jedenfalls verdreht ich eigentlich natürlich nichts an gibt welche wir absorbieren jawohl ich bin nicht getroffen war torgat verwandelt ja vielleicht kann ich ja auch dazu achten also früh schon einmal brechen dann war es drachentanz nein er steigert sein angebung seine geschwindigkeit jetzt sehe ich auch die ganzen angriffe das geschwächt ein gott das ist dann bei den krieg dauer ja nicht ganz doch okay 78.000 schaden kommt dann doch aber jetzt habe ich als 45.000 oder 50.000 erst geschafft naja ich glaube das ist schon gut ich habe es aber eine klappe jetzt mit schwierigkeit gerade die zwei tränke einsetzen kacke finde ich nicht gut der war riesig da steckst du ja ich wusste echt nicht zum drachen das ist ja mir angeschlichen verschwinden wir was jetzt man macht immer kaputt ja ich bin mir sicher dass es war machte ihn kaputt kaum macht den kaputt mega flair ja weh es ist ein bisschen so wie als finale von game of thrones spoiler nehme ich an da war sowieso niemand gemacht hat finale ich bitte euch er ist nicht der selbst was ist passiert da geht mir gut aber ich muss das brennen naja man aber da bleibt ihn sehen ja ich glaube ich bin ich durchgedreht was dieses ich soll es nicht durchdreht was das ist ja ich bin wirklich was ich bin passiert weniger oder ist der mann da oben kommt erst noch ein kristall ich bin so ein bisschen verwirrt was hier gerade so passiert also ja der kristall ist kaputt gegangen dann kam ein neuer irgendwie sollte feindel dann ist irgendwie so hier ist die feinde dann wie geht es jetzt weiter wir zerstören den kern wenn er wiederkommt sobald die flammen erlöschen rücken die kaiserlichen und almeca hier ein wir haben nur diese eine chance und bahamut ist fürs erste weg bring dich so schnell wie möglich in sicherheit was und euch zwar im stich lassen das mache ich nicht die pause ich habe alles eingepackt bevor ich abgehauen bin also wenn ihr was braucht fragt mich ich gebe euch aber nichts umsonst sonst bekomme ich ärger mit tante aber wir sind jetzt kurz davor zu sterben ich habe ja diese super mächtige waffe die du benutzen kannst du hast kein geld nicht mein problem okay man zeigt mal brauchst du was gottes bücheln ambas so diamant schwert habe ich noch nicht zwei verstärker kotzt mich an ich verschiedene version davon habe ich weiß es nicht ich kaufe hat ja mein schwert warum nicht verzauberung erinnert mich irgendwie an diesen einen typen von dragon age der sohn von diesen einhändler der nutzverzauberung sagen konnte verzauberung verzauberung also im grund sieht auch ein bisschen aus wie alles davon dragon age also ja der frisur und so ein bisschen hast du alles was du brauchst da kann ich dafür auch bei sich hier würde gehauen sparen bisschen blutig auch wenn ich das so mache geil wenn es auch voll ich glaube nicht dass das auf dauer stärker wird soll ich wirklich nichts anderes für dich machen ok so tapfer mein großer ok wir können weiter durch geheilt ja ja schon schweif liegt vor uns gleich ohne ihn ist ganz stürm von den kristallen befreit da wäre noch einer übrig danach das wird auch zeit wird dann die neue sicht war mut ist hier noch irgendwo und ich wette wir sehen ihn wieder bevor all das vorbei ist also was von feine fans im neuen irgendwie ihr habt ja auch in diesem bösen bar mut man hat irgendwie alexander gegen gekämpft in dem schwir war war mut irgendwie weil ich neutral wie dann so vom element und alexander war die lichterspanne alexander ist ja normalerweise hier so die go to licht es war ein feiner fans sie dass diese diese riesige festungen hier ist glaube ich irgendwie so eine ansprung jahren alexandria eine irgendeine festung von alexander der große naja das hat so eine riesige festung irgendwie noch eine flucht meistens voll die dicken kanone und so hat sich das kann zurücksicht dass mehr oder weniger eine wandelnde festung so wenn bar mut hier nicht irgendwie die licht etwa wer da mehr alexander wo seid ihr alle irgendjemand was der magie bist du das war ich habe mich gerade geheilt aber der wurde wieder hochgeballert mein flug kannst du aber nicht entkommen ein astrologer lass mich dir die sterne deuten ich werde mir so weit nicht so feine danschen viel links hier musik ist so dramatisch irgendwie mein charakter ist irgendwie im letzten moment irgendwie böse geworden hat sich irgendwie so als finaler boss irgendwie so angeboten so fühlt sich gerade an ich dachte erst der handelt vielleicht irgendwie so auf auf befehl oder nicht befehl aber auch vorschlag von joshua joshua hat irgendwie hier so erwähnt so ja mach alles kaputt was auch keinen sinn macht naja aber dafür jetzt mal irgendwie jetzt meine einzige vermutung jetzt gewesen was gerade passiert ist aber erscheint er offensichtlich war anders noch passiert zu passieren oder ich würde ich bedenken okay könnte mal das unterlassen das ist sehr nervig ja da zeige ich zu dem vorkauf das problem ist manchmal bin ich verwandelt bin dann kann ich gar nicht sehen ob man die gegner mich angreifen ich bin ausgerichtet ich finde voll ausgerichtet mit 10 sicher hat hat auch die richtige auch man hier wird kaputt da wollte sagen das war jetzt natürlich mal mit durch mal mit diesen mit diesen feuer und feuer haben irgendwie den gegen den kampf einleiten oder mit mit feuer schwall womit ich irgendwie magie absorbieren kann ich glaube ich mache immer vorher aber ich mache die ganze zeit genau was andersrum jetzt erst feuer schwallern und dann die ramme möchte dass die falsche reihenfolge genau nicht ich stürme normalerweise gegner rein auch das wird sie unschlag recht dies ja immer in die gegner erst rein wir sammeln ja irgendwie sollen ein punkt dann sehe ich den feuer schwall ein so mache ich dann immer oder schweiner war andersrum weil er mandela effekt gerade wenn er voll mit heilträgen jetzt muss ich nur noch vorhin hp sein auch mal wer da ist das ist zu riskant schweiß ja wird schon gut geht ok natürlich auch schon willkommen das ist nicht vom barmutter fertig man ist nur eine stärkste esbar ich weiß nicht mehr aus welcher mythologie barmutter kommt ich kann sein die nordische kann aber auch nicht sein ich weiß nicht ich weiß nur was war mut was auch immer für eine mythologie daherkommt ein riesiger im all schwimmender wahl sein soll auf denen die ganze der die ganze welt auf seinen rücken trägt also war mut irgendwie genauso groß wie die welt oder größer und trägt die ganze welt auf seinen rücken und fliegt durchs all gleich kommt wieder zu einem sehr schnellen schlussfolgerungen deswegen die stadt angegriffen da ist er ich bin hier oder hätte ich nicht was habe ich gerade gesagt ok ich fliege ich fliege ich düse ja genau dann setze ich mal das hier ein genau ich habe schon mal eine super kombi vergessen nein mehr genau das mache ich jetzt hat man hat noch jemand mit treffereien bekommen das gibt es nicht wird gemacht hei trank nein warum gibt er mir jetzt blutige haut ok ich habe gerade danke ok oh mein gott haben wir keine zeit hallo na bonk wenn er ein habe ich fertig gemacht weil jetzt meinen gesamten schaden auf den anderen fokussiert gab nein nein ha ich habe einen Minititan super wie ich mir ein ich habe es ist ich habe ich habe es ist es ist ja da kann schon oder damen boden natürlich hat so hart aufgefasst da geht einmal eine halte wo zählst du aber ich denke nicht anvisiert hatte alles voll umfällig mein gott die blöden piecher gelenkt mich ab ich bin auch voll eingedüßt oh mein gott wenn man am leben da ich hatte den falschen angefangen da na da war gemacht aber gesteckt ja 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 noch alles okay also gehe jetzt gehe ich ein halter natürlich so ja voll wenn mich jungen gerade von final fancy type 0 so viele kristall orte nein was kommt hier ja ich meine er hat überlebt wie wir ihn schon den kopf zwitscht haben als ifrit wird sicher phoenix die kreatur die sich wieder blieben kann wird es gut gehen total ist böse das heißt irgendwas kommt wieder der einzigen fotografier da ist ich habe das aber ultima sicher nicht dicken die sich in der kauf vor was warum nicht mehr kobe hast du angst vor toten aber wenn man sagt mir der wird nervig die sind aus als hätte irgendwie so der rüstung an von so einem fach die odos aus das falsches ding okay bin ich da gerade ausgerichtet weil ich habe eine sekunde lang mich telefoniert hatte ich weiß nicht was da gerade passiert ist die sind irgendwie da zu bedenken so eine rüstung und dann brachte und die aus aus auch mein gott von monster anzertragen noch nicht ich weiß ja was der markt lange wenn ich will das war ich war weiter aha die td wir auch jetzt wäre eine moderne version von keinheit wohin der aufklagte von von final fancy 4 mich auch in der wuner waren er hat da war so der dragon hat arbeit sowie wie aus final fans in neuen irgendwie zu der muster schwarz magels kennen wir irgendwie die dragon version davon ich denke man da kommt dann noch mal und schadet holger heißt gar mein weiblich kann weit bin ah ja 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 das er denkt man nicht bereit pflege also mal physisch angreifen der habe ich getroffen damit das gibt es nicht ich war gar nicht ein aber das stück ich habe ihn da blieb überlieben da sind dann bewegen nein drei fahren Wow Wir schon daran arbeiten Okay hat geklappt aber vielleicht keine tränke übrig haben für barmut wenn das so weitergeht da kommt noch mehr angefangen nein er war nicht da kommen wir ja du schwein ich habe ein absolviert mein gott ok ich brauche ein paar heiltränke kunst der erde titanische gerade diese wesen sie werden stärker darüber denken wir später nach jetzt sollten wir uns auf eine sache konzentrieren naja ich wollte eigentlich sagen joshua aber okay immer dieser suma und jetzt mal wenn ich wieder kontrolle über kleid bekommen kann man immer so raus jedes mal wird davor lustig ich meine so mittlerweile abläuft wir sehen so ein zwei bosse in den dungeons in den story dungeons nenne ich sie mal und dann irgendwann kommt der große böse ne dicke boss in dem fall wahrscheinlich barmut ne höchstwahrscheinlich barmut definitiv barmut ne ich mein okay ich glaube ich habe etwas gehört vielleicht eine jumpscare kommt ne oh hey du bist es was ist hier passiert er hat versucht ihn mir zu nehmen oh mein Junge mein lieber lieber Junge ist dies etwa das Kind von dir und dem Kaiser wieso Mutter wieso hast du uns verraten wager es nicht antwortet ihm was fällt dir ein wildling ein wenig respekt wir haben dich aufgezogen der ehrwürdige erwin dachte stets an sein kostbares reich doch welchen wert hat das noch in einer welt geplagt von feule es ging vater nicht darum sein reich zu schützen er wollte die menschen schützen es ist nicht die aufgabe eines herrschers zu beschützen er muss die quelle seiner herrschaft sichern das blaue blut das in seinen adern fließt solange das rein ist spielt es doch keine rolle ob ein reich untergeht man gründet einfach ein neues im gegensatz zu ihm habe ich meine pflicht erfüllt ich habe mein erbe bewahrt ich habe einen sohn von so edlem blut dass die welt ihn vergöttern wird deshalb verkaufte ich rosaria an san breck die vereinigung meiner linie mit den lösage hat diesem geplagten land einen retter geschenkt mit dem segen von bahamut und dem phönix ein ganzes land verkauft für so etwas wozu noch ein sohn du hattest joshua ich hatte nichts du warst ganz klar deines vaters sohn so stark und kühn und verwegen und doch bist du nie erwacht hätte joshua auch nur ein zehntel deiner kraft gehabt wie alle spotteten dass elvins erstgeborene der sohn einer konkubine sei und meiner dem tode geweiht diese schmach ertragen zu müssen wie untergebene über mich lachen ein gefühl das du nie verstehen wirst warum warst du es nicht warum hat der phönix nicht dich auserwählt joshua hat sein gesamtes leben die last geschultert die du der phönix und das herzogtum ihm aufgezwungen haben deshalb wurde ich sein schild um ihm dabei zu helfen und was hast du getan deine familie hintergang und deinen eigenen sohn hast du geopfert joshua mein lieber junge ich wollte ihm nie wehtun sie hatten klare befehle ihn zu verschonen warum hast du überlebt während mein geliebter sohn gestorben ist was hast du nicht aus dem fenster gesehen joshua ist hier der phönix lebt noch er kämpft da draußen gegen bahamut so ist alles nur ein riesiges missverständnis ne ganzer dank naja was vielleicht lebt joshua doch nicht mehr also kleid war ein bisschen voreilig gerade joshua wach auf ich bin ein schild von rosaria und ich werde meine pflicht tun es ist Zeit für ihr fred es ist Zeit für ihr fred machen wir ihr fred wir machen ihr fred wach auf us was euch wach du wach wach d d es ist denn schnappen bei uns nordmega flair war man zu ultime so weit na zeit für ein bisschen erpicken ist es war und sehr viel größer als wir ich glaube ja er hilft uns den kristall kaputt zu machen war mutig sehr realistisch aus diesem spiel sehr schuppig und so was macht es da ist er wie in der rote damit den baum am ende wir dann unseren kampf arena sein naja ja auch noch 10